Was ist jetzt? Das ist eine TG, V, 6B, oh, Alter. Natürlich stehen wir schon so beim Eingang hier. Oh, scheiß, ein Bomben. Oh, was ist das, Alter? Die mit den Weihnachtslichtern drin sind Bomber. Alter. Der hat mich fast umgelegt, ey. Fahr mal mit der Drohne rum, Sekunde. Ah, ich will da nicht drin rennen. Aber eine. Ordnung, geschwöss, Granate. Der Keller ist sicher. Das ist einem nicht so viel. Boah, den seh den echt. Fuck. Reloading! Boah, der war hartnäckig, ey. Seid ihr denn in den Rand? Und... Ich brech von oben in die Bombe rein. Ach, den kommen durch Fenster. Hey, Mann! Du musst die Bombe pflanzen. Komm. Ach, geh doch hier durch, verdammt. Oh, fuck, jetzt weg auf dem Dach, ey. Diffuser plantet, protected from enemy action. Diffuser plantet, protected from enemy action. Das ist nochmal. Oh, shit, ey, hier. Kann das sein, dass das Spiel flucht, sondern wir sind besser nicht zu den Flanken. Oh, hier sind so viele. Boah, 10% noch. Einmal können wir dich wiederbeleben. Oh, da oben ist die Hölle los, ey. Wahrscheinlich, ich koche echt unten. Nein, der Bombe ist oben. Komm, wir gehen raus. Ich bin unterwegs. Oh, scheiße, ey. Wir müssen hier raus. Los! Ich bin unterwegs. Oh, spring doch, ey. Mann. Du kannst hier nicht springen. Du kannst nur über Sachen drüber hoppeln. Na ja, mein Nigger. Sprechen wir hier durch. Oh shit Oh fuck ey Fusier dropped, we need to use the device to summon location with the defuser and defuse the device Reloading! No RIP Is that code? Achtung, explosions, granates Achtung Ich glaube die sind beide schon da Ist wird Dauer munition jetzt schickt die tü hier mal soweit bin ich das letzte mal gekommen wo die server da angegangen sind huh cool oh da ist ein nade achtung das war meine Ah, Mutti habe ich noch jemanden. Oh, shit. Nein, fuck! Du läufst die ganze Zeit mit einer Schussbahn. Der kam so schnell um die Ecke, Alter. Geil, nice. Ganz ehrlich, ich habe einmal versucht, das alleine zu machen. Das ist fast unmöglich. Ja, stimmt, ja. Ist auf einfach, oder? Nee, nicht wirklich. Da komme ich genau die Serienzern von Leuten. Geil. Äh, viel Spaß dabei, irgendwie Furtz-Fürt wegzuhauen, während du verhindern musst, dass die Bombe entschärft wird. Wie entschärfen die Bombe? Mit Leertaste, oder was? Also, nein, nein. Wir müssen die Bombe entschärfen, und das sind die Terroristen. Die wollen uns aufhalten. Et-